Wieder zurück zu einer weiteren Runde, Lucius, Leute. Ja, habe ich die Kassette gefunden, bin natürlich direkt zu ihm wieder zurückgelaufen hier. Und mal gucken, ob sich der Michael jetzt freut. Ja, ich habe sie doch jetzt auch. Nein, natürlich habe ich sie nicht. Wieso habe ich sie nicht? Du hast sie doch an der Hand, oder nicht? Wo ist denn jetzt die Kassette? Hast du sie jetzt? Doch. Hat sie jetzt schon reingetan. Hör zu. Mit der überschneidenden Musik ist toll. Hallo, kleiner Mann. Ich dachte gerade schon, er hat sie nicht mehr, aber dann hat er sie direkt genommen und hatte noch gerade gesagt, hier liegt irgendwo eine Kassette. Und ich denke, hä? Aber ich war ein bisschen zu voreilig wieder. Er freut sich jetzt. Weißt du, die Zeit vergeht mit Musik viel schneller. Ja, vor allem, wenn sie sich so geil überschneidet. Das klingt richtig schön. Ja, mach ich doch. Und die sind jetzt voll abgelenkt und deswegen ist was? Kann ich jetzt hier irgendwo ran? Weil er jetzt hier nämlich vorher stand. Kann ich mir hier heimlich was stibitzen? Jungs, was ist jetzt hier? Ihr seid so abgelenkt. Könnt mir vorstellen, dass ich jetzt irgendwas machen kann. Aber okay, machen wir mal das mit der Wäsche. Ich hatte gesagt, irgendwas liegt über dem Wäscheteil. Was denn? Das Bügeleisen hier, aber das kann man doch nur angucken. Oder kann ich da was mit machen? Kann ich das mit Telekinesen? Jetzt ist sie rausgegangen. Okay. Telekinesen. Okay, ist das ein Wäschekoppte? Hey, hörst du das? Ich glaube, die Waschmaschine ist wieder kaputt. Okay. Ja, dann kommt mal. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ich habe hier nur ganz zufällig daneben gestanden. Hallo, Junge. Hallo. So, und jetzt komm, jetzt ist er ja wohl dran. Die machst du mal zu. Und dann machen wir mal so ein bisschen hier. Sein Geist ist zu stark für Gedankenkontrolle. Was können wir dann mit ihm machen? Ah. Telekinese hier drauf. Du musst erst einen Menschen kontrollieren, eh du Objekte übergedacht. Ja, aber sein Geist ist zu stark. Kannst du nicht mit Telekinese einfach... Was können wir denn mal machen mit ihm? Es wird mir nichts angezeigt. Doch, wollte gerade sagen. Susan. Ich habe es geschafft, die Waschmaschine kaputt zu machen. Susan kann keine Wäsche mehr waschen. Sie meint, sie würde duschen gehen. Achso. Hallo, kleiner Mann. Hallo. Meine Katze dreht wieder ein bisschen durch. Susan, gehst du duschen? Hallo, Liebling. Hallo. Wo gehst du denn hin? Da ins Duschbad. Wo der Föhn liegt. Können wir dich dann endlich mit dem Föhn mal umbringen? Ich wollte doch so gerne mal jemanden mit dem Föhn umbringen. Hoffentlich geht es in das Bad. Aber ich glaube, das war das Bad für die Mutter. Oder? Hallo, Lusches. Geh mal duschen. Da, wo das Spannerloch ist. Damit wir es endlich mal benutzen können. Komm, das wäre es doch, oder? Weil dann weiß ich jetzt schon, was ich zu tun habe. Aber ich glaube, sie macht was anderes. Wir schleichen einfach mal nett hinter ihr her. Wie man das so macht. Hallo, Liebling. Hallo. Was macht sie jetzt hier? Er zieht sich vor uns aus. Und können wir ja auch... Auch hier bleiben wir gerne stehen und schauen dabei zu. Das ist völlig in Ordnung. Zieh dich ruhig aus, kleine Maus. Ich werde duschen gehen. Kannst du bitte nachsehen, ob das Bad oben frei ist? Ja, kann ich. Das ist gut, wenn du oben Bad sagst. Weil das Bad war oben mit dem... Mit dem... Wo bin ich? Wo bin ich? Ich bin richtig, ne? Ja. Ja. Ja, genau hier. Yeah. Die nächste ist gleich dran. So. Susan. Ich habe einen... Quatsch. Hatten wir doch schon. Ein Kreuz hat meine Kräfte im Badezimmer beeinflusst. Ich habe es gedreht. Susan will in genau diesem Badezimmer duschen gehen. Ist sie jetzt schon drin? Oh ja. Okay. So, jetzt können wir sie ja angucken. Hahaha. Hahaha. Oh, geil. Die nackte Susan. Mmm. Herrlich. So, was kann ich jetzt... Kann ich jetzt den Föhn da... Mit Töne, so? Oh, das war noch... Das war noch nicht ausreinend. Wo ist der Föhn jetzt? Ich sehe den Föhn nicht mehr. Geh mal raus und noch mal rein. Ich will den Föhn. Was ist jetzt denn... Nein, du sollst das ja auch benutzen, so. Genau. Jetzt liegt der Föhn da nämlich wieder. So, dann machen wir das nochmal. Oh Mann, das fliegt irgendwie nicht richtig da rein. Können wir dann da mal machen. Wir müssen doch hier irgendwie den Föhn zwischen ihre Schenkel bringen. Oh, es ist schon bitterböse, was ich hier mache. Aber ich... Das Klo schaffe ich jetzt. Ich glaube, ich muss das nochmal... Nochmal. Nee, nee. Du sollst das schon... Kann so nicht benutzt werden. Du sollst das auch ganz normal einfach nur... Einfach nur durchgucken, du Schiss. Durchgucken. So. Oder wir müssen sie manipulieren. Geht das? Können wir sie manipulieren? Nein. Muss erst ein Menschen kontrollieren. Aber das geht nicht, weil wir durch das Loch nur gucken. Dann ist das schon richtig, ne? Wo ist der Föhn denn? Er ist mal weg, wenn ich ihn benutze. Das ist voll blöd. Föhn. Schmierer nicht geklappt, du Schiss. Föhn. Was verschwindet der denn immer so? Pack den mal einfach hier runter. So, das interessiert die ja anscheinend hier auch gar nicht, die Susan. Wir rollen den mal ein bisschen hierher. Damit wir den wenigstens mal im Blickfeld haben. Was macht der denn da? Der Fisch kommt, wo der hier... Das ist ein Unsinn, oder? So ein Unsinn. Da, hier. Da ist er doch. Lad dich mal auf und dann haben wir ihn gleich. Ich glaube, die Energie reicht nicht, oder? Oh, jetzt ist er wieder dahinter gefallen. Ich glaube es nicht. Hinter die Badewanne. Das war doch schon so nah dran. So nah. Du sollst gar nichts davon benutzen. Du sollst einfach nur gucken. Da bin ich wieder. Jetzt ist mein Programm doch nochmal abgestürzt. Kann ja immer nochmal passieren. Ähm, wir machen das jetzt nochmal mit der Telekinese. In der Hoffnung, dass es jetzt... Hoffentlich funktioniert. Tut's aber nicht. Ich sehe den Föhn nämlich schon wieder gar nicht mehr. Irgendwas spackt hier aber auch immer so ein bisschen rum. Dass die Sachen einfach mal verloren gehen, ist doch auch komisch. Komisch. Finde ich. So, wir gucken wieder rein. Wie ist stürzt wieder ab? Hier. Komm. Telekinese-Föhn. Nein, nicht rausgehen. Du Dummer. Gucken. Das ist so teilweise steuerungsschwierig. So. Das. Föhn, 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 föhn. Rüber, rüber, rüber. Ja, komm. Und rein da. Rein da. Ja. Geschafft. Oh, ist das Böse. Und abartig. Du hast eine neue Fähigkeit erhalten. Entzündung. Boah, die Arme. Dieser Fall bereitet mir graue Haare, Mr. Wagner. Im Gegensatz zu Ihnen freue ich mich nicht mehr darüber, wieder hier zu sein. Ich bin bereit, alles aus einem neuen Winkel zu betrachten. Noch ein Unfall. Richtig. Ich weiß, es hört sich an wie ein Sprung in der Platte. Aber die Tür war von innen abgeschlossen. Es sieht wirklich danach aus. Obwohl mein Bauchgefühl mir etwas anderes sagt. Tun Sie einfach, was Sie tun müssen. Ich glaube wirklich, wir wurden verflucht. Und dass wir es nicht aufhalten können. Das ist nicht ausgeschlossen. Ich bat einen Pfarrer, etwas Beistand anzubieten. Also haben Sie sie hergebeten? Mein Vater hat ziemlich wüst reagiert. Ja. Wir müssen Ihren Vater finden, Mr. Wagner. Ich glaube wirklich, er kann uns mit weiteren Informationen versorgen. Ich weiß nicht, wie viel länger ich das FBI noch zurückhalten kann. Sie fragen mich nach einem vermissten Reporter. Er hat ihre Familie untersucht, als er verschwand. 6. Juni 1973, Überdosis Dämpfe. Oha. Lucius entwickelt sich immer weiter und immer mehr Leute sterben in dem Haus. Ein Familienmitglied nach dem anderen. Ein Mitarbeiter nach dem anderen. Da ist doch was oberfaul. Wir können jetzt hier den Kuhn-Dreirad fahren. Das sagt unser Ouija-Brett. Ich dampfe nicht und gehöre zu den Guten. Ich folge deinen Befehlen und kann auch hupen. Ein Auto. Passt das? Nochmal. Ich dampfe nicht und gehöre zu den Guten. Ich folge den Befehlen. Das ist für mich ein Auto und das würde passen, weil ich mich nämlich gerade noch gefragt habe, ob nicht der andere Typ, der jetzt die Kassette hört, der Michael, der ist ja jetzt abgeschottet von dem anderen, der die Waschmaschine repariert. Den könnte man halt gut separat jetzt eigentlich drankriegen. Geil! Jetzt können wir hier mit Lucius rumcruisen. So, unser Notizbuch. Jetzt haben wir hier zwei Leute. Michael, der hat die Musik aufgedreht. Ich muss, will irgendwie von der Garage weglocken. Okay, und Susan? Ich habe ein Guckloch in Toms Arbeitszimmer gefunden und kann genau die Badewanne sehen. Ja, die ist ja fertig jetzt. Die ist ja vorbei. Oh Gott, das Fahren ist ja wohl richtig... Kriegt ich das hin? Und vor allem Treppen kann er ja jetzt nicht fahren, ne? Oh, Lucius. Ü, ü. Okay. Daran muss ich mich erstmal noch gewöhnen. Kannst du hier einfach die Treppen jetzt... Rückwärts. Geht auch rückwärts, Lucius. Läuft. Okay. Das Fahren ist ein bisschen crazy für mich gerade, aber gut. Wie ihr meint. Ich soll aber nach oben? Soll ich jetzt... Kann ich damit auch wieder nach oben fahren? Fahr mal die Treppen hoch, Lucius. Nein, nicht... Er will mal rückwärts fahren. Ich weiß nicht, wieso. Aber er kann. Was er kann, kann er, ne? Guck mal, er kann sogar... Er kann sogar das. Lucius kann sogar das. Steig mal ab. Das nervt gut. Wie? Ich soll jetzt doch runter? Was denn nun? Ich soll ja nach unten wegen dem... Michael, ne? Weißt du, dann... Dann fahr doch einfach rückwärts, Lucius. Wenn du es so geil findest, dann mach es so. Mama, hallo. Tut mir leid, Lucius. In Ordnung, mein Junge. Ist mir egal. Ich komm klar, Leute. Für mich ist das alles gar kein Problem. Wir sind halt wesentlich schneller hier mit dem Ding, ne? Wenn man das gut steuern kann, dann... Mit dieser Horror-Lucius-Musik und trotzdem hier voll der Spaß im Spiel mit Lucius und seinem coolen Dreirad. Und im Hintergrund... Ne, ne, alle sterben. Hui! Hey, Leute. Was geht ab? Dü-dü. So, ich lass das Dreirad mal hier kurz stehen. Ähm, das hat er... Ach, das müssen wir vielleicht... Müssen wir das noch... Ach, jetzt ist er wieder da. Das ist natürlich doof. Ja, das ist cool. Aber der Nächste ist jetzt dran. Der Michael. Du bist fällig. Ich meine, ich schätze, es ist in Ordnung. Aber ehrlich gesagt werde ich es langsam bleiben. Was ich mich halt auch frage ist... Ich meine, hör doch mal. Äh, was ich mich halt auch frage ist, warum der Detektiv und andere Leute nicht längst auf die Idee gekommen sind, im Haus Überwachungskameras mal aufzustellen. Denn da könnte Lucius vielleicht auch mal bei erwischt werden. Also, ohne dass sie natürlich wissen, dass es Lucius ist. Ähm, aber einfach um zu gucken, dass auch die Nächsten nicht sterben. Also, es ist ja toll, dass sie denen auf die Spur immer gehen, die jetzt schon tot sind. Aber was ist mit all denen, die noch sterben könnten, so wie die jetzt? Also, keiner hat die im Blick. Das würde ich ja langsam in Erwägung ziehen, dass alle Leute nach und nach hier in dem Haus sterben. Dann halt die Leute zu schützen, auch die hier sind. Du kannst natürlich nicht alle immer beschützen, aber wenigstens den Versuch starten. Und das tut halt auch keiner. Er kann ja hier eigentlich immer noch machen, was er will. So, der Michael. Ich gehe runter. Er hat den Musik aufgetreten. Ich will ihn gerade von der Wäsche weglocken. Was können wir machen? Das sehen die aber. Dann machen wir das nochmal mit der Waschmaschine. Ist das eine Idee? Oder eine... Weil dann ist er nämlich... Der andere ist weg dann. Das finde ich dann schon mal gut. Ja, das geht doch, ne? Gucken, die machen wir jetzt wieder kaputt, die Waschmaschine. Huch! Ach, fast. Och, komm. So, rin damit. Hallo. Du sollst keine Technik jetzt benutzen. Du sollst... Du sollst den Deckel drauf machen, damit er wieder loslegt hier und sich abgelenkt fühlt. Aber irgendwie... Hä? Wieso funktioniert das jetzt schon wieder nicht? Muss ich irgendwas in die Hand nehmen, damit er das macht? Irgendwie reagiert er dann immer besser, wenn er was in der Hand hat. Ja. Genau, jetzt geht das nämlich auch. Komisch. Okay. So, der ist wieder abgelenkt. Oh, die ist schon wieder kaputt. Und du hast anscheinend beim letzten Mal, wo du sie repariert hast, nicht mal bemerkt, dass da ein Bügeleisen drin war, du... Habt Nase. So. Können wir das heimlich nehmen? Hat er das mitgenommen? Und was ist jetzt? Er ist jetzt alleine in der Garage. Ich könnte mich jetzt um ihn kümmern. Ja. Wir können ihn bestimmt manipulieren, aber doch können wir hier. Was haben wir jetzt? Was ist das? Farbverdünner sollte nicht inhaliert werden. Uiuh. Okay, wo können wir den hinstellen? Soll er da einfach stehen bleiben? Oder wir geben dem einfach? Können wir dich manipulieren, mein Liebster? Können wir. Mit Farbverdünner. Weißt du, die Zeit vergeht mit Musik viel schneller. Kannst du es irgendwie... Da coolen, lustigen Musik. Farbverdünner. Farbverdünner. Dann stell es doch wieder hier hin und dann... Achso, er ist schon wieder demanipuliert. Irgendwas können wir doch bestimmt machen. Oder das Montiereisen? Montiereisen. Das habe ich irgendwie nämlich jetzt auch noch. Kann aber auch ein Fehler sein, weil ich das nochmal nachspielen musste. Er ist auf jeden Fall beschäftigt. Das ist schon mal gut. Was haben wir hier? Können wir mit dem Kanister was machen? Kannst du dich vielleicht irgendwie... Ne? Anzünden. Brennan. Wir sollen doch was mit dem Auto machen. Vielleicht können wir was mit dem Auto machen. Oder ihn ins Auto schicken. Auto. Kanister. Bleibt natürlich nicht ewig jetzt hier so. Wir müssen irgendwas vorbereiten, ne? Aber... Was denn schön ist? Wir haben den Farbverdünner... Der muss ja nicht unbedingt für ihn sein. Könnte aber sein. Was können wir denn mal machen? Er könnte ins Auto gehen und mit Montiereisen könnten wir das eigentlich gut verriegeln. Ich weiß jetzt nicht, was er mit dem Farbverdünner machen soll. Oder mit was ganz anderem. Nagelpistole. Ich kann es aber, wenn er sich mit einer Nagelpistole irgendwie... Hm. Eigentlich können wir doch meistens schon was vorbereiten, wenn wir das richtige Inventarobjekt haben. Und dann kann man ja meistens schon was machen. Und den Farbverdünner haben wir gerade neu gefunden. Also... Der ist ja auch erst neu hier aufgetaucht, der Farbverdünner. Der Gute. Das ist doch schon wieder hier so ein... Zeit für die Spieluhr. Nee, nee. Du sollst die spüren. Kannst du die benutzen? Oder haben wir keinen Platz mehr frei? Haben wir keinen mehr? Ah, das waren die Ohrringe. Das will ich haben. So, Michael. Oh, guck mal hier. Sloth, was hier steht. So, wir können da was... Ja, aber da war da... Ich glaube, das deutet nur auf den Farbverdünner hin, dass der hier stand. Oder wir können den mit irgendwas noch... Ja, benutzen halt den Farbverdünner. Womit denn? Können wir den kombinieren? Haben wir was Schönes? Nein, bleib mal in dem Inventar hier. Farbverdünner mit... Hm? Keine Ahnung. Was können wir denn... Benutzen? Mit dem Tuch. Und den soll man nicht inhalieren. Und den bringen wir dann dazu, dass er ihn inhaliert. Wahrscheinlich, indem wir den jetzt da einfach wieder hinlegen, oder? Ja, okay. Dann manipulieren wir ihn. Und zack, haben wir ihn. Alles klar. Das war böse. Wieder mal. Sehr böse. Was mache ich? Ist er dann schon tot? Nur weil er es inhaliert hat? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass das reicht. Ich konnte den Lappen mit Farbverdünner tränken und Michael wurde ohnmächtig, ohne dass Will etwas gemerkt hat. Ich glaube, ich muss hier kreativ werden. Ich glaube auch. Ähm... Mit der Nagelpistole irgendwas? Aber wir sollen eigentlich was mit dem Auto machen, oder nicht? Oder du lässt ihn einfach brennen? Oder wir haben doch hier unsere coolen Brennfähigkeiten, was ekelhaft ist. Lass das mal fallen, Lucius. Lucius, lass es fallen. Kann ich ihn nicht anzünden, oder so? Sein Geist ist zu stark. Irgendwas mit... Nee, das bringt uns auch nichts. Muss doch irgendwas mit dem Auto zu tun haben. Ich muss kreativ werden. Homma, Lucius. Ich weiß es doch auch nicht. Ah. Was mache ich jetzt mit dem Auto? Wir können ihn überfahren. Können wir ihn vielleicht überfahren? Reicht das? Reicht. Das Auto läuft, aber die Lüftung transportiert die Abgase sicher aus dem Raum heraus. Okay. So, jetzt wird es echt schön hier. Ich kann den Wagen mit meiner Willenskraft starten, ohne dass er die Musik übertönt und wohl es hört. Aber die Dämpfe bleiben einfach nicht drin. Ich muss etwas dagegen tun. Kannst du denn hier irgendwas benutzen? Oh, das ist so widerlich, was er hier aber auch alles macht. Du bist schon ein richtig fieser, kleiner Bengel. Der Bengel kann man sich nennen. Er ist schon ein richtig schlimmer Mörder eigentlich. Die Dämpfe bleiben nicht drin. Das kann ich aber machen. Das ist jetzt verstopfen. Keine Ahnung. Kannst du das nicht auch mit deiner Telekinese oder was? Oh man, oh. Ich mit meiner Steuerung hier immer. Aber die Dämpfe bleiben einfach nicht drin. Ich muss etwas dagegen tun. Also das Auto war schon mal richtig vom Ouija-Brett her. Das habe ich dann wohl richtig geraten. Können wir den Lappen nicht nochmal einfach wieder nehmen? Oder nicht? Geht das nicht? Ach guck mal. Doch, er kann was damit machen. Vielleicht damit dann? Er darf es vielleicht nicht anfassen. Was anderes? Was will er denn damit machen? Jetzt bin ich verwirrt. Dann vielleicht doch die Telekinese. Aber die Telekinese hat nicht funktioniert. Meine Lieben. Genauso wie... Wir sollen uns um die Dämpfe kümmern. Und ich würde es jetzt eigentlich damit zusch... Das bringt ja aber auch nicht das Auto. Wir müssen das anders irgendwie lösen. Ich weiß aber gerade nicht wie. Ich weiß nur, dass ich damit was machen kann. Oder doch nicht? Sah das nur so aus? Doch, er kann was damit machen. Oder wird das nicht der Lappen sein, sondern er... Ne, das ist der Lappen schon. Und er kann ihn aber nicht einfach nehmen? Kann so nicht benutzt werden. Was habe ich denn? Ich habe doch nichts. Ich habe nichts da. Nichts macht Sinn davon. Will er das mit dem Lappen zupropfen? Oder verwirrt mich das jetzt nur wieder unnötig? Und ich soll mich darum gar nicht kümmern. Ich glaube, ich kümmere mich im nächsten Part darum, Leute. Weil irgendwie muss ich den Lappen ja... Wieso benutzt du jetzt die wieder? Das sollst du doch gar nicht. Das war jetzt nicht so toll. Jetzt haben wir wieder einen verbraucht-Luscious. Aber auf der anderen Seite war es vielleicht gar nicht schlecht. Egal, ich werde das schon hinkriegen. Wäre ja komisch, wenn nicht. Wir sind ja schon gut davor, ihn hier endgültig zu killen. Den armen... Michael hieß er, ne? Ja, Michael. Will ist nebenan. Und bemerkt mal wieder nichts. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.